Ja, Lina hat sich das schön bequem gemacht hier auf der Balkonbrüstung, weil die wärmt sich so schön auf, wenn die Sonne scheint und das ist dann so wie so ein Heizkissen. Also nachher, richtig im Hochsommer, wird es zu heiß. Das wird dann so heiß. Ja, dann testen die das immer so an mit ihren Pfötchen und na, wenn es zu warm ist, dann gehen sie weg. Aber wenn es so wie heute ist, dann ist es schön warm. Ja, dann liebt sie das. Macht sich da lang und da kann man sich einmal schön durchwärmen. Lina? Ja, die Katzen, die mögen es ja immer gerne so schön warm. Ich ja nicht so, aber die beiden Babys, die wollen es immer schön warm haben.